Hi, hier ist Tina von totallyrawfoods.com. Ihr fragt euch sicher, was ich hier eigentlich mache, wie ich dazu gekommen bin, wer ich bin, vor allem wer ist diese tolle Person hier. Ich bin 24 aus Chemnitz und zum Raw Food gekommen bin ich durch ein Praktikum in New York diesen Sommer bei Johannes Raw Foods und da wir Raw Food Snacks produziert haben, habe ich mir gedacht einfach mal dabei zu sein und so eine Ernährungsumstellung anzufangen. Mal schauen was bei rauskommt, wie es meinem Körper geht, was sich verändert und ich bin jetzt schon seit fast fünf Monaten dabei und mir geht es erstaunlich gut. Also für mich hat sich körperlich viel verändert. Ich bin vital, die Haut ist schön und meine Frau läuft super, habe keine Probleme mehr. Ich bin wach. Weil es mir so gut dabei ging, bin ich einfach dabei geblieben und habe versucht, das Raw Food in meinen Alltag zu integrieren und möchte das jetzt natürlich mit interessierten Menschen teilen. Totally Raw Foods ist entstanden durch mein Kompagnon, die mich schon seit neun Jahren begleitet, die Schildi und die macht es mir natürlich vor, immer Salat zu essen und wir teilen uns unseren Raw Food Stuff. Ähm, ja, da musste die natürlich vorkommen im Name. Die Schildi macht es genau richtig, die überwintert nämlich. Im Kühlschrank die kalte Jahreszeit. Würde ich auch super gerne machen, ist aber bei uns leider nicht möglich. Also müssen wir auf die Kleine in den nächsten Videos verzichten, aber im Frühjahr, wenn sie dann aufweckt, ist wieder voll dabei. Ich teile meine Erfahrungen und das Raw Food Essen natürlich super gern mit anderen Leuten und freue mich immer über Kontare und Rezeptideen und freue mich, wenn ihr mir schreibt und Fotos schickt von dem Zeug, was ihr verarbeitet habt. Auf meinem Blog bei TillyRawFoods.com poste ich immer mal meine Erfahrungen oder kleine Tipps, wie ihr euren Alltag gestalten könnt und Vitalstoffe bekommt. Ich freue mich sehr, wenn ich euch inspirieren kann oder sogar helfen kann und, ähm, hoffentlich haben wir gemeinsam Spaß, das Abenteuer Rohkost zu erleben. Meine Rezepte stelle ich für euch kostenlos auf der Website zur Verfügung, TillyRawFoods.com und jeden Donnerstag bringen wir für euch neue Videos raus auf YouTube. So, das war's erstmal von mir. Ich bin Tina von TillyRawFoods und wir sehen uns bei den nächsten Folgen. Ich freue mich drauf. Bye! Bis zum nächsten Mal.